Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Bildbesprechung. Gleich am Anfang, wie immer mein Satz, wenn ihr möchtet, dass ich eure Bilder anschaue, betrachte, etwas dazu sage, Kritik und Anregungen gebe, dann schickt mir doch bitte eure Bilder an die folgende E-Mail-Adresse frank.astrofotocologne.de. So, bitte das fertig bearbeitete Bild, am liebsten als TIFF oder als JPEG, aber dann mit 16 Bit, also in relativ hoher Auflösung, möglichst unkomprimiert. Und gerne ein Rohsummenbild könnt ihr auch gerne dazu schicken, wenn ihr meint, dass das ein oder andere Rohbild vielleicht interessant ist, ja, aber bitte schickt mir nicht komplett euren ganzen Ordner. Ich sitze hier teilweise echt, verbringe viel Zeit damit, Bilder irgendwo runterzuladen, weil ich mache das über meinen Laptop und bin da irgendwie ans WLAN gebunden. Und das ist irgendwie nicht so schnell bei mir und ja, dauert dann teilweise und ich verliere auch schnell den Überblick, was jetzt was ist. Also schickt mir nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das müsst ihr einfach so ein bisschen selber schauen, was da viel und wenig ist. Dann, ja, ihr dürft gerne unter dem Video ist jetzt immer ein Spenden-Button bei PayPal, da dürft ihr gerne Gebrauch von machen. Seht euch aber nicht verpflichtet, davon Gebrauch zu machen. Und ich biete Coachings an. Wenn ihr eins zu eins mit mir arbeiten möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an die gleiche E-Mail-Adresse und können wir darüber auch sprechen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. Die erste Einsendung kommt von Thomas Großschmidt und das ist IC443, der Jellyfish Nebula. Hatten wir neulich schon in einer sehr detailreichen Auflösung hier mit CCD-Kamera aufgenommen. Steht im, was ist das, Zwillinge, glaube ich. Und klar, jetzt im Frühjahr war das dann irgendwie noch so ein lohnendes Objekt am Abendhimmel, wenn man eben Gasnebel fotografieren will. Es ist ja jetzt eher Galaxienzeit, aber irgendwie, ja, im März konnte man diesen Nebel noch ganz gut aufnehmen. So, Aufnahmeinstrument war ein Skywatcher 150-750 PDS mit dem GPU-Komakorrektor und zusätzlich modifiziert mit einem, äh, auf, nicht auf Achse, ist geiler Auszug. Das ist der Octo, heißt das Ding, glaube ich, auch von der Firma Teleskop Austria. Ja, so, aufgenommen mit einer Canon 6DA und die Montierung war eine Ioptron CE25P. Nachgeführt wurde das Ganze mit dem M-Gen3. Darüber habe ich ja gerade erst ein Video gemacht und auch ein Video gemacht habe ich über, schon vor einigen Monaten, den STC Duo Narrowband Filter, der hier auch zum Einsatz kam. Also das Ganze ist eine Mischung aus, äh, Farbaufnahmen mit der DSLR gewonnen und eben, ja, Duo-Schmalbandaufnahmen mit dem STC Duo Narrowband Filter. Diese Duo Narrowband Aufnahmen sind 25x900 Sekunden und die normalen, äh, ich nenne sie jetzt mal im weiteren Fall auf RGB Aufnahmen sind 33x180 Sekunden. So, Thomas schreibt mir, ähm, dass er, ähm, in der Stadt fotografiert oder zumindest überwiegend in der Stadt fotografiert vom Balkon aus, dementsprechend viel mit Lichtverschmutzung und mit Rauschen zu tun hat. Und, äh, ja, dazu sage ich gleich, glaube ich, nochmal was. Gut, also erster Eindruck ist, wow, äh, der Kontrast ist natürlich toll, der Nebel kommt toll raus. Man sieht hier irgendwie, auf den ersten Eindruck sieht man nicht, unter welchen Bedingungen das Bild gemacht wurde. Also, ähm, ist ein Hingucker, echter Hingucker. Natürlich spielen die Farben da auch eine Rolle, dieses kräftige Rot. Vor dem dunklen, schwarzen oder, oder, oder dunkelgrauen Hintergrund, ähm, ist natürlich ein Hintergucker, selbstverständlich. So, dann, wie immer, wenn man so ein bisschen reinzoomt, sieht man hier das ein oder andere Problem. Das machen wir mal kurz. Ich zoome mal hier in diesen Bereich hinein, wo hier diese helle Kante im Nebel ist. Man sieht hier generell, wenn man in das Bild ein bisschen hineinzoomt, sieht man, dass es relativ stark bearbeitet ist. Das heißt, ähm, es kamen diverse Filter zum Einsatz und die haben dann so, ähm, mit und mit bei jedem Bearbeitungsschritt ihre Spuren im Bild hinterlassen, woran man das jetzt im Detail sieht. Man sieht das so ein bisschen, ich nenne das immer, ähm, ist lustig. Was gibt es? Siri meldet sich ab und zu. Ich mache mal mein Handy aus. Siri hat sich neulich mal gemeldet, als ich die Software Siri besprochen habe. Klar, da treten schnell Verwechslungen auf. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich sehe das an so einem, ich nenne das immer Gekräusel. So, äh, das ist so ein Rauschen durch verschiedene Filter, äh, durchführt hier, äh, sieht man das auch irgendwie zu so einem, ja, besseres Wort als Gekräusel fällt mir dazu nicht ein. Irgendwie eine Art von unruhiger Hintergrund hier oben sieht man es ganz deutlich. Aber alles nichts Ungewöhnliches, äh, habe ich selbst in meinen Bildern. Auch vor allen Dingen in der Verbindung Farbkamera und, äh, Duo Narrowband Filter. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das, ähm, oh, das machen wir besser nicht, also das ist ein bisschen viel reingezoomt. Da sieht man sehr viel Gekräusel. Man sieht, dass hier diese Bereiche im Nebel, das ist der Bereich, wo der Nebel, ja, am hellsten ist, ein B, aber auch, ähm, das haben wir neulich bei der CCD-Aufnahme gesehen, äh, in O3 noch, glaube ich, leuchtet. Oder, oder es ist der S2-Bereich. Es gibt auf jeden Fall hier diese auffällige Kante. Und wenn ich hier mit der, äh, Maus mal drüber fahre, ist vielleicht, ähm, schöner, wenn ich das mit dem Color Picker Tool mache, sieht man, dass das in Rot oben in dem Infofenster, hier mal einmal hinschauen, während ich hier drüber fahre, äh, im Anschlag ist. Also 255 ist, äh, sozusagen ausgebrannt, ist, ähm, das Maximum an Bildinformationen erreicht, heißt weiß, also im Rotkanal ist dieser Bereich hier weiß, und das sieht man ja auch, dass der Bereich irgendwie fast weiß ist. Das heißt, ich bekomme hier keine Detailzeichnung mehr. Ähnliches gilt vermutlich, ja, für die Sterne, die irgendwie hier komplett im Zentrum ausgebrannt sind. Darauf achten, dass das möglichst nicht passiert. Wir gucken gleich mal in die Rohbilder rein und sehen, äh, anhand der Rohbilder, dass es auch eigentlich nicht nötig war, dies zu tun. Gut, also, ähm, abgesehen, also du hast sehr viel geschrieben zu dem Bild, hast mir so ein paar Hinweise geliefert, ähm, dieser helle Stern ist natürlich schwierig einfach. Also ich versuche mal, Objekte, äh, mit hellen Sternen zu vermeiden, weil ich einfach Schiss vor der Bildbearbeitung habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Ist immer schwer, so einen hellen Brummer im Zaun zu halten, äh, da hast du ein bisschen getrickst. Äh, da gehe ich gar nicht näher drauf ein. Äh, so ein bisschen tricksen ist manchmal angesagt. Und hin und wieder mache ich das auch. Übrigens schreibst du auch, dass du die letzten Gradienten mit Dodge & Burn, äh, die Fotografen unter uns wissen, was damit gemeint ist. Äh, für alle anderen, das ist eine Möglichkeit, äh, Teile im Bild aufzuhellen oder abzudunkeln. Also einmal Dodgen und einmal Burnen, das ist in der Portrait-Retusche, ähm, sehr, sehr gängig, um, um Kontraste zum Beispiel in Gesichtern deutlicher hervorzuheben. Ähm, damit kann man natürlich auch Überreste von Gradienten entfernen, äh, wenn man die mit anderen Gradienten-Entfernungsmethoden nicht hinbekommt. Da habe ich mich früher gegen gewehrt und auch da sei beruhigt, das mache ich mittlerweile auch. Wenn nichts mehr hilft, muss man eben ein bisschen Kosmetik betreiben. Äh, da war ich früher, ähm, eher Hardliner, was das angeht, und werde auch ein bisschen weicher, was das angeht, weil ich einfach irgendwie ein schönes Bild am Ende haben will. So, gucken wir uns kurz die Rohbilder mal an. Was ist das hier? Das ist eine, das ist das RGB-Bild. Also ohne den, äh, Dual-Narrowband-Filter hier unten sieht man schön den Spiegelkasten der Canon 6D, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Äh, da kann man auch mit Flats kaum was gegen machen, da hilft nur abschneiden. Woher jetzt diese starke Abschattung hier am rechten Rand kommt, weiß ich nicht. Du hast mir sehr viel Text geschrieben, ich weiß nicht mehr, ob du mir geschrieben hast, ob du Flats gemacht hast. So ein bisschen sieht es aus, als hast du keine Flats gemacht. Es kann aber auch sein, dass du einfach massive Lichtverschmutzung hier drin hast, immer noch, die dann, ja, zu dieser Aufhellung führt. So, was mich interessiert, ist das Bild hier. Das ist die Aufnahme mit dem Dual-Narrowband-Filter. Machen wir mal ein bisschen größer. So, und wenn ich hier mal reinzoome, dann sieht man hier in diesem Bereich, den ich vorhin angesprochen habe, sehr, sehr viele schöne Details eigentlich. Also das ist tatsächlich der Bereich, der am wenigsten rauscht. Und du bist hier nicht in der Übersteuerung, also in deiner Rohaufnahme und in diesem Summen-Stack hier, hast du alle Details in diesem Bereich drin. Die sind ja aber in deiner finalen Bearbeitung leider flöten gegangen. Also diese Bereiche konntest du durch deine Bildbearbeitung ins finale Bild nicht retten, diese schönen Filamente hier. Das ist, sage ich mal, schade und gleich erzähle ich aber, wie ich vielleicht vorgehen würde, um das eben doch zu erreichen. Ja, grundsätzlich mal zu den Dual-Narrowband-Filter. Ich habe da ein Video zu gemacht und ganz kurz zu erklären. Der Dual-Narrowband-Filter ist eigentlich eine ganz kluge Idee. Der lässt einen relativ engen Bereich des Spektrums im H-Alpha-Licht durch und der lässt einen relativ engen Bereich, ich sage mal, im blauen Spektrum durch. Und in diesem engen Bereich liegt die O3-Linie. Und ganz knapp da dran liegt aber auch das H-Beta. Und das zeigt die gleichen Strukturen wie H-Alpha, nur nicht in Rot, sondern in Blau. Der STC-Dual-Narrowband-Filter ist in dem Bereich so eng, dass er H-Beta und O3 gut trennen kann. Das heißt, man kann mit diesem Filter mit einem Schuss, mit einer Farbkamera, die ja dann auch noch durch ihre rot-grün-blauen Pixel das Licht separiert und zu verschiedenen Pixeln leitet, wenn man so will, kann man also tatsächlich eine Trennung zwischen O3 und H-Alpha in einem Schuss hinkriegen. So, das klingt ganz toll und mein Fazit ist so ein bisschen, bei entsprechenden Objekten, die entsprechend hell sind, funktioniert das wirklich sehr gut. Und man kann damit sehr gut Bilder machen. So, wenn die Bilder nicht sehr hell sind oder die Objekte nicht zu diesem Bereich passen, also nicht in O3 und H-Alpha strahlen, funktioniert das nicht sehr gut, weil man dann letztendlich einen zusätzlichen Filter vor der Kamera hat, der Licht schluckt und dann bekommt man viel Rauschen. Das hier ist so ein bisschen dein Problem. Du arbeitest viel unter Lichtverschmutzung, deswegen hast du dich entschieden, so einen Duo-Narrowband-Filter zu benutzen. Das ist auch klug, richtig so. Gleichzeitig, wenn du dir Objekte aussuchst, die aber nicht in beiden Lichtbereichen ihr Licht aussenden, dann kommt wieder wenig Licht auf den Chip und dann, ja, wie soll man das sagen, ein schöner Vergleich wäre, du gibst Gas und bremst gleichzeitig. Das habe ich irgendwo gestern oder so irgendwo bei Facebook gelesen. Das, so beschreibe ich es mal, ja, also auf der einen Seite machst du was gut, auf der anderen Seite machst du was nicht so gut. So, dieser Nebel leuchtet sehr stark in H-Alpha und in S2 erstaunlicherweise. Und das S2 kommt vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, durch den H-Alpha-Filter auch noch als rotes Licht durch. Aber in O3 kommt da fast gar nichts, fast gar nichts, bis auf vielleicht dieses eine Filament hier oben. Das sieht man dann auch hier in der Aufnahme, da ist es ein bisschen blau. Also, ein anderer Aspekt der Sache ist das mit der Lichtverschmutzung. Oft schreiben mir Leute, sie wohnen in der Stadt, fotografieren in der Stadt oder haben bestenfalls einen Bortel 4-Himmel und so weiter und so fort. Da muss ich immer aufpassen bei mir selber und muss immer sagen, Frank, versetze ich in die Lage der anderen Menschen. Also, für mich ist irgendwie klar, dass man Astrophotografie nicht unter Lichtverschmutzung macht. Aber das habe ich auch irgendwie als Kind so schon gelernt und verinnerlicht. Und ich bin glücklicherweise irgendwie in der Situation, dass ich hier innerhalb von anderthalb Stunden an einem relativ dunklen Ort bin. Und das jetzt auch schon seit vielen Jahren mache. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt, ich muss dann immer wieder sagen, Frank, es gibt Menschen, die aus irgendwelchen Gründen das so nicht betreiben können. Sei es, dass sie familiäre Verpflichtungen haben. Sei es, dass sie aus beruflichen Gründen in der Woche nicht irgendwie mal, wenn klarer Himmel ist, irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder auch nur eine Stunde Anfahrt und Aufbauen machen können, weil sie am nächsten Tag arbeiten gehen müssen. Alle diese Probleme habe ich mehr oder weniger nicht. Gesundheitliche Probleme können ein Grund sein, dass man irgendwie das schwere Giraffel irgendwie nicht tragen kann. Wie auch immer. Also, ich muss da immer auf die Lippe beißen und sagen, irgendwie reiß dich zusammen, Frank. Es gibt gute Gründe, warum Leute das machen. So, wird bei dir der Fall sein. Und dann denke ich immer darüber nach, was würde ich machen, wenn ich nur hier aus der Stadt heraus fotografieren würde. Und dann überlege ich mir immer, ich würde versuchen, in dem Bereich Experte zu werden. Und die beste Methode meines Erachtens ist dann tatsächlich, mit Schmalbandfiltern zu arbeiten. Ich persönlich würde dann hingehen, würde eine monochrome Kamera kaufen und würde nur Bilder in H-Alpha und monochrom machen und würde konsequent nur Schwarz-Weiß-Bilder machen. Und das so gut wie möglich machen, daraus eine Galerie aufbauen, eine Webpräsenz, sagen, ich bin der Typ, der aus der Stadt heraus H-Alpha-Aufnahmen macht. Das wäre meine Vorgehensweise, die ich persönlich für die Glückser halte. Alternative wäre der Duo-Narrowband-Filter, wenn ich Farbaufnahmen haben will, ist eine gute Idee. Aber dann mach konsequent nur Objekte, die auf diesen Filter sehr gut anspringen. Ich nenne die immer lagunenmäßige H-Alpha-Gebiete oder H-2-Gebiete. Also lagunenmäßig im Sinne von Lagunennebel M8. Also solche Sternentstellungsgebiete mit einem Sternhaufen im Zentrum, die so eine hohe Anregungsenergie haben, dass sie im Zentrum wirklich massiv irgendwie auch O3-Strahlung aussenden. Und eben H-Alpha und diese Nebel kommen sehr, sehr gut mit dem Duo-Narrowband-Filter. Ebenso planetarische Nebel, da nicht alle, da muss man schauen, muss man im Internet mal suchen irgendwie. Die, die überwiegend in O3 strahlen, sind nicht so gut geeignet. Aber es gibt viele planetarische Nebel, die sowohl in O3 als auch in H-Alpha strahlen. Und es gibt Supernova-Überreste, die auch in beiden Linien sehr deutlich strahlen. Also der Cirrus-Nebel zum Beispiel ist irgendwie ein sehr gutes Beispiel. Der jetzt hier ausgerechnet nicht. Und das Problem ist, nur deine roten Pixel bekommen hier Licht ab. Und daher hast du ein Problem mit Rauschen zusätzlich zu deiner Lichtverschmutzung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dir raten, werde doch Experte im Thema Duo-Narrowband-Filter und such dir aber die Objekte ganz genau aus, die du machst. Und mach die sehr lang. Du belichtest schon sehr lang. Ja, hast hier irgendwie sehr lang belichtet mit dem Duo-Narrowband-Filter. Dann würde ich in RGB nur relativ kurz belichten, nur für die Sternenfarben. Und nur die Sternenfarben aus den RGB-Aufnahmen klauen sozusagen und in das fertige Duo-Narrowband-Bild einarbeiten. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich würde dieses Bild als Basis nehmen, das bearbeiten, Kroppen, Gradienten entfernen, Farbsättigung anheben, stretchen. Würde dann irgendwie versuchen, mit einer Maske die Sterne zu maskieren und aus der RGB-Aufnahme die Sternenfarben zu holen. So, wie geht das jetzt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Beziehungsweise doch. Es gibt natürlich zahlreiche Anleitungen im Internet, die beschreiben, wie sowas geht. Ich habe das nur einmal gemacht vor zehn Jahren. Und alle Anläufe, die ich danach unternommen habe, haben mir nicht gefallen. Also, ich muss darüber nochmal ein Video machen. Ich muss nochmal forschen, welches denn wirklich eine optimale Methode dafür ist. Vielleicht habe ich ja auch einfach nur übersehen oder so, oder ich war zu blöd. Keine Ahnung. Aber es geht. Und das würde ich an deiner Stelle machen. Also, ich würde lange belichten bei Objekten, wo es passt mit dem Duo-Narrowband-Filter und dann relativ kurz nur für die Sternenfarben in RGB belichten. Ja, ist ein Vorschlag. Und ist so meine Idee. Ja, nächstes Bild kommt ebenfalls von einem Thomas. Da ich nicht ganz genau weiß, ob dein Nachname ein Synonym ist, lasse ich ihn hier einfach weg. Thomas hat schon mal ein Bild geschickt vor einigen Monaten. Und das ist jetzt sein zweites Bild. Und das ist, wie man gut erkennen kann, M101, sehr schöne Spiral-Galaxie. Und das ist aufgenommen mit einem 10 Zoll F4 Newton, der wirklich weit verbreiteten ZWO A7600 MM Pro. Das Ganze auf einer Skywatcher EQ8. Also alles grundsolide Instrumente im LRGB- und H-Alpha-Verfahren aufgenommen. Also Luminant sind 186 x 180 Sekunden. Rot sind 35 x 180 Sekunden. Grün 38 x 180 Sekunden. Blau 39 x 180 Sekunden. Und H-Alpha 21 x 180 Sekunden. Gut. Ja, das ist so ein Bild. Auch im ersten Moment. Das ist sofort natürlich, ich würde fast sagen, es provoziert fast. Durch die starke Farbsättigung oder die starke Farbwirkung, möchte ich mal sagen. Provoziert gar nicht mal im negativen Sinne, sondern provoziert im Sinne von wow. Ja, dass man sagt irgendwie, boah, was ist das denn, Hingucker. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Also wenn Leute irgendwie ein Bild betrachten und sagen, hui, was ist das denn, dann ist das eine gute Sache. Denn dann hat das Bild eine Message, eine Aussage, irgendwie ist irgendwie toll. Oder es provoziert, kann auch sein. Ja, und das war's. Auf Wiedersehen. Nee, jetzt rede ich natürlich so ein bisschen um heißen Brei. Also was sofort auffällt, ist einfach die krasse Farbsättigung. Und das meine ich, darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Da werden sofort einige aufschreien und sagen irgendwie, viel zu viel Farbe im Spiel. Und ja, dem möchte ich mich so ein klein wenig anschließen. Also bevor ich überhaupt irgendwas Positives über das Bild sage, fallen einem sofort die kräftigen Farben auf und darüber kann man sich streiten. Ich habe neulich mal ein Bild gemacht von CTB1, wo ich selber sehr, sehr stark an den Farben gedreht habe. Und da gab es auch hier und da mal ein bisschen Kritik im Sinne von, war das denn nicht zu viel? Und ich sage ja in der Bildbesprechung eigentlich immer, macht und findet selber irgendwie euren Weg und experimentiert und macht auch mal zu viel und generell aber macht viel und geht dann wieder deutlich zurück. Und dann habt ihr wahrscheinlich ein gutes Mittelmaß gefunden. Das ist auch nach wie vor mein Rat, auch wenn ich davon selber ab und zu abweiche, wie man irgendwie dann eben ab und zu an meinen eigenen Bildern auch sieht. Also hier würde ich jetzt, glaube ich, die Farbsättigung wieder ein bisschen zurücknehmen und dann wäre es, glaube ich, immer noch ein sehr schönes Bild. Grundsätzlich zur Aufnahmetechnik. Ich habe vorhin natürlich schon, ich gucke mir die Bilder natürlich vorher an und wenn ich da reinzoome, ich finde da irgendwie gar nichts, wo ich sagen könnte, da hast du aber irgendwie was komisch gemacht. Also von der Aufnahmepraxis, Aufnahmetechnik ist da alles richtig. Auch von der Bildbearbeitung, man sieht, dass du hier irgendwie im Kern schön die Details schon rausgearbeitet hast. Ich glaube, ich bin nicht der Galaxien-Experte, weil mir dafür bisher die Brennweite gefehlt hat, dass diese Galaxie nicht so ganz einfach zu bearbeiten ist, habe ich irgendwie in Erinnerung. Weiß ich aber gar nicht so genau. Man muss dazu sagen, ich habe mit dem Thomas auf Facebook schon so ein bisschen hin und her geschrieben, weil der sagte, da ist aber irgendwas mit den Flats nicht in Ordnung. Das können wir uns auch mal angucken. Das wollte ich noch gar nicht zeigen. Das können wir uns mal angucken. Du hast mir tatsächlich jetzt, ich sage ja immer, schickt mir nicht alles, aber du hast mir irgendwie relativ viele Bilder geschickt. Und wenn wir uns da einzelne mal angucken, das ist zum Beispiel der Luminanzkanal, sieht man relativ schnell, hier kann irgendwas nicht stimmen. Hier ist ein Überbleibsel von einem Dust-Donut. Wir sehen hier tatsächlich einen großen Donut. Also hier gibt es einen hellen Bereich, man sieht die klassische Vignette. Man sieht aber auch, wie die Intensität zur Mitte hin plötzlich wieder sinkt, was die Helligkeit angeht. Also das sieht mir schon ziemlich danach aus, dass hier die Flat-Korrektur nicht richtig gelungen ist. Aber darüber haben wir, wie gesagt, auf Facebook schon geschrieben. Und du bist da, glaube ich, auf einem guten Weg, da was zu finden, damit das gut funktioniert. Also in allen Bildern eigentlich das Gleiche. Und am krassesten sieht man es im H-Alpha-Bild, wo es aber auch nicht so schlimm ist, weil man irgendwie da die Information leichter rausarbeiten kann. Hier hat man diese klassische Überkompensation des Flats, die ich in letzter Zeit unfassbar häufig irgendwie in Fragen in den Foren auf Facebook sehe. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich dazu ein Video mache und wie ich das Video anfange. Das ist noch so ein bisschen das Problem. Ja, wie gesagt, ist ein Flat-Problem. Zwei Lösungswege schlage ich da immer vor. Also erstens ist häufig das Problem, dass die Flats falsch kalibriert sind. Es ist wichtig, dass das BIAS-Level aus den Flats rauskommt und auch aus den Lights rauskommt. Also meines Wissens nach ist es so, dass sowohl in den Lights als auch in den Flats das BIAS-Level, das Grundsignal, was an den Kameras anliegt, herausgerechnet werden muss. So, jetzt ist das so eine Sache bei CCD-Kameras, zieht man einfach dann ein BIAS vom Flat ab. Das Problem ist gelöst und das funktioniert bei den allermeisten DSLR-Kameras auch. Und es scheint aber irgendwie, und ich sage bewusst scheint, weil mir fehlt da noch so die rechte Erklärung, ein Problem bei CMOS-Kameras zu geben. Also generell rät man bei CMOS-Kameras, ich habe wenig Erfahrung mit CMOS-Kameras, gebe ich ehrlich zu, rät man dazu, statt des BIAS ein Flat-Dark zu machen. Das ist auch total schlau, sollte man irgendwie bei einer CCD-Kamera und bei einer DSLR prinzipiell auch machen. Da reicht aber meistens das BIAS. Und ja, das ist also, die Kalibration der Flats ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man da irgendwie einen Fehler macht, kann es schon mal zu dieser Überkompensation kommen. Das ist meines Erachtens, was ich so beobachte, auch das ist nicht wirklich fachlich begründet, aber aus der Beobachtung heraus, glaube ich, in 90 Prozent der Fälle das Problem. Und manchmal ist es irgendwo ein Häkchen, was man irgendwie vergessen hat zu setzen oder zu viel gemacht hat. Oder ein aus Versehen falsches Flat dargenommen oder was auch immer. Also das sind so Sachen, wo man einfach dann nochmal sorgfältig sich hinsetzen muss. Ich hatte das neulich selber und habe dann stundenlang überlegt und habe alles ausprobiert. Und dann war es einfach, dass ich aus Versehen bei meinem Teleobjektiv die Flats mit Blende 3,2 statt mit Blende 4 aufgenommen hatte. Und das war dann das Problem. So ein anderes Problem, und da gab es neulich eine kurz, aber heftige Diskussion bei Facebook, ist die Linearität von Kameras. Und ja, ich bin kein Ingenieur, deswegen kann ich das nicht gut begründen. Ich weiß, dass CCD-Kameras mit Anti-Blooming-Gate in bestimmten Bereichen, vor allen Dingen bei sehr starker Belichtung, bei starker Unterbelichtung, nicht mehr linear funktionieren. Und das führt auch zu solchen Über- oder Unterkompensationen, deswegen die Regel, das Flat irgendwie möglichst bei 50% Sättigung zu belichten. Wenn wir uns die Flats mal angucken, stelle ich fest, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre und unten diesen K-Wert, der ein Wert für die Sättigung ist, anschaue, dann ist dieses Flat massiv unterbelichtet. Und das kann auch schon die Erklärung sein. Allerdings irgendwie doch nicht, weil wenn ich jetzt das H-Alpha-Flat nehme, dann bekomme ich einen Wert von ziemlich genau 50% Sättigung hier in dem Bereich. Und aber beim H-Alpha-Filter hatten wir ja die krasseste Überkompensation. Also wird das wohl nicht das Problem sein, ist dann meines Erachtens nochmal nicht fachlich begründet. Aber aus meiner Beobachtung, was ich so mitkriege, dann sind das so die restlichen 5% dieses Linearitätsproblem. Also, dass man die Flats irgendwie möglichst genau auf die Mitte auf 50% Sättigung belichten sollte. Und neulich hat mal ein Astrofotograf geschrieben, dass das bei ihm auch nicht hingehauen hat und er das Flat sogar noch heller belichten musste, damit er eben diese Überkompensation oder Unterkompensation, ich weiß es gerade nicht mehr genau, nicht bekommt. Also, da muss man im Zweifel dann experimentieren. Man sieht aber hier diesen Donut. Man sieht hier, dass das Flat am hellsten ist. In diesem Bereich ist leicht Richtung Zentrum wieder abnimmt und ganz stark aber am Rand abnimmt. Also das, was man hier beobachten kann, sieht man in den Bildern auch. Also hin zur Galaxie wird es plötzlich wieder dunkler. Das heißt, die Flat-Korrektur hat bei deinen Bildern nicht hingehauen. Wie gesagt, haben wir auf Facebook besprochen, du bist auf dem Weg und das wird wohl in Zukunft dann hoffentlich kein Problem mehr sein. Ja, nur mal kurz hier so zu so einer H-Alpha-Aufnahme. Das ist natürlich ganz spannend. Also man kann mit dem H-Alpha-Filter tatsächlich dann in den Galaxien die H2-Region belichten, beziehungsweise herausfiltern. Also das sieht dann, ich nenne das immer so, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Skelett einer Galaxie. Man sieht also gar nicht mehr diese Spiralarme in dieser Deutlichkeit sieht, aber wie in den Spiralarmen die einzelnen Sternentstehungsgebiete irgendwie drin liegen irgendwie. Und das kann man natürlich nutzen, um da irgendwie das H-Alpha-Bild, das LRGB-Bild noch mit einzubauen und diese Gebiete dann dadurch noch ein bisschen verstärken. Ja, grundsätzlich, ich versuche mal den Kern nicht so hell zu machen. So, grundsätzlich ist das irgendwie, aber von der Aufnahmetechnik hast du das Astrein schon alles raus. Also du bist da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, hast deine Ausrüstung im Griff. Ich denke gesehen zu haben, dass du auch diese ganzen Bereiche hier in der Galaxie auch schon gekonnt geschärft hast. Ich sage bewusst gekonnt geschärft, weil viele es da auch übertreiben. Und das sieht bei dir nicht so auf. Also einziger Kritikpunkt, viele sagen immer, das ist Geschmackssache. Lasst die Leute doch, ich finde, dass es nicht wirklich Geschmackssache ist, dass mir die Farbe too much erscheint. Auch diese rosanen H-Alpha-Gebiete, ich glaube, die hätte ich persönlich lieber weniger rosa, mehr rot gehabt. Und das Blau ist mir irgendwie zu stark. Das Zentrum sieht spitzenmäßig aus, kann man gar nicht sagen. Also, ja, vielleicht weißt du das auch selber. Also wenn ich in Photoshop auch mit der Maus mal drüber fahre, mir hier das Infofenster angucke, dann sehe ich hier irgendwo in dem Bereich zum Beispiel, ich habe ein Rotwert von 21, Grünwert von 22, das passt super und Blau 27. Irgendwie, also das Bild hat einfach einen Blaustich. So, dann kann ich manuell irgendwie versuchen rauszunehmen. Da wird das Ganze schon so ein bisschen neutraler. Vorher, nachher. Also, ja, aber es wird dadurch irgendwie nicht so richtig, auch nicht so richtig viel besser. Also, vorher da schon mal irgendwie gucken und mit der Farbsättigung es halt nicht so übertreiben. So, ich habe das Bild mal, nur mal kurz die Farben zusammengehauen, ganz grob farbkalibriert. Man sieht hier das Problem mit den Flats. Das führt natürlich auch zu einer Farbverschiebung im Hintergrund. Und das zerhaut dir natürlich auch so ein bisschen die Farbkalibrierung, weil irgendwie man den Hintergrund gar nicht auf neutral grau kriegt. Man weiß ja gar nicht irgendwie, wo soll es denn bitte schön neutral grau sein. Also, hier tendiert alles zum Roten, hier zum Blauen. Es funktioniert natürlich nicht. Aber so, wenn ich jetzt mal hier diesen Mittenausschnitt nehme, ist es natürlich auch sehr FUZI-mäßig dargestellt. So. Na. Also, hier diese Variante irgendwie quick and dirty Farbkalibrierung. Die Sternfarben sehen jetzt ausgewogen aus. Wir haben blaue und rote Sterne und die Galaxie ist doch wesentlich gelber, als sie in deinem Bild rüberkommt. Ja, auch in den Außenbereichen fehlt mir da ein bisschen gelb. Bei dir ist da alles blau. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also, grundsätzlich sieht man schon, dass du irgendwie dein Handwerk verstehst. In der Bildaufnahme, in der Bildbearbeitung, in weiten Teilen auch. Ich finde es ein bisschen übertrieben von der Bearbeitung, was die Farben angeht. Und das kann man jetzt nehmen, wie man will. Kann man sagen, yo, leck mich. Oder nehme ich mir zu Herzen. Also, das sage ich mal ganz wertfrei. Gut. Ja, drittes und letztes Bild für heute kommt von Anselm aus Dresden. Anselm ist 17 Jahre alt. Und dann habe ich mir gedacht, mit dem Namen muss man ja Fotograf werden. Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt. Und der berühmte amerikanische Landschaftsfotograf, der hieß Ansel, ohne M am Ende. Ansel Adams. Nichtsdestotrotz, ich musste gerade mal bei Wikipedia nachgucken. Das interessiert mich dann doch. Den Namen kannte ich nämlich, ja, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Und, ja, interessanter Name. Heißt unter dem Schutz der Götter stehend. Also, so einen Namen hätte ich auch gerne. Ich heiße nur Frank. Das heißt mit Sicherheit nichts Besonderes. Gut. So, M51 mit einer Canon 200D. Bei ISO 3200 aufgenommen. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal ablesen. Achso, 20 Sekunden Einzelbelichtungszeiten in der Summe. Zwei Stunden belichtet. Objektiv war ein Tamron Zoomobjektiv. 205 bis 390. Ist der Brennweitenbereich. Und das hast du bei 390 Millimeter betrieben. Mit einer Blende dann von 6,3. Und das Ganze auf einem Omegon LX2 Tracker. Und du schreibst dazu. Ich bin auch Anfänger, was die Bildbearbeitung angeht. Und ich habe auch nicht wirklich das Geld mehr, eine richtige Astro-Ausrüstung zu kaufen. Wenn du willst, kannst du das Bild ja mit der Bildbesprechung unterbringen. Wenn nicht, nehme ich es dir auch nicht übel, weil es auf einem völlig anderen Niveau ist, verglichen mit den üblichen Bildern in der Bildbesprechung. So leicht kommst du mir nicht da weg. Hier bekommt jeder sein Fett weg. Nein, natürlich. Also A ist das irgendwie völlig egal. B stimmt das auch so nicht. Zwei Stunden Belichtungszeit sind eigentlich zu kurz. Aber selbst diese zwei Stunden zu bekommen, war nicht ganz einfach. Durch viele Bilder mit schlechter Nachführung. So. Erstmal muss ich immer wieder sagen, wenn junge Menschen mir Bilder schicken, freut mich das ganz besonders. Und den nehme ich mir besonders zu Herzen, weil ich das unterstützen möchte. Ich war, ich habe als Kind angefangen, mich für Astronomie und Astrophotografie zu erinnern und hatte einfach gar, gar keine Möglichkeiten. Also null. Ich hatte nicht mal einen Omegon, einen LX-2. Natürlich hatte ich ein Teleskop, aber da war irgendwie nicht an Astrophotografie zu denken. Also meine allerersten Versuche, habe ich in ein paar Videos schon gezeigt, waren Strichspuraufnahmen. Zu mehr hat es dann nicht gereicht. Ich habe in meiner Jugendzeit, also auch mit 16, 17 Jahren, wo ich erstes Geld verdient habe, hätte ich mir eine Montierung kaufen können. Aber da habe ich eine Ausbildung gemacht und habe das Interesse an der Astrophotografie erstmal verloren. Und das kam erst viel später wieder. Und als ich dann meine erste Montierung gekauft habe nach dem Studium, da habe ich erst meine ersten Aufnahmen gemacht, wo die Sterne Punkte waren. Also ja, insofern unterstütze ich jeden jungen Menschen, der Astrophotografie betreibt, so gut ich kann. Und möchte dir sagen, das ist erstmal irgendwie ganz toll, dass du das machst und mach weiter. Und das sieht doch schon super aus. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich dir raten würde, zu lassen oder anders zu machen. Da gehe ich im Detail jetzt gleich mal drauf ein. Also, es ist natürlich erstmal von der Objektwahl so gut. Es ist gerade früher, habe ich vorhin schon gesagt, es ist Galaxiensaison. Da ist mit kleinen Brennweiten und dazu gehören dann auch irgendwie knappe 400 Millimeter immer noch. Es ist natürlich wenig zu holen. Dann ist M51, das habe ich neulich auch schon mal in der Bildbesprechung gesagt, eine total schöne Galaxie, weil man da irgendwie quasi von oben drauf guckt. Und die ist einfach wunderschön. Die ist aber auch einfach ziemlich klein. Das unterschätzt man sehr häufig. Und deswegen wirkt die hier auch sehr verloren in dem Bild. Das heißt, also wenn Galaxien, dann vielleicht doch gucken, ob es nicht ein paar größere gibt oder ob es nicht sowas Lohnswertes wäre, irgendwie mal das Leo-Triplet aufzunommen, wo man also drei Galaxien auf einen Streich in einem Bild hat oder es gibt andere Galaxien, Pärchen M81, M82 zum Beispiel oder ich glaube, das ist NGC 4725 und noch irgendeine daneben zum schönen Gezeiten-Schweif. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ansonsten ist das Frühjahr für solche relativ kleinen Brennweiten immer saure Gurkenzeit und man muss jetzt irgendwie morgens früh aufstehen, wenn man die ersten Gasnebel in der Milchstraße fotografieren will, die von der Ausdehnung am Himmel einfach viel größer sind und zu so einer Brennweite besser passen. Gut, also ist so. Man will im Frühjahr trotzdem was machen. Und dann sucht man sich eben passende Ziele auf. M51 ist leider ein ziemlich kleiner Funzel. Und ja, da kann man irgendwie einfach nicht viel machen dann. So, die andere Geschichte ist die, du benutzt so ein Omegon LX2 und hast darauf aber ein Tamron-Zoom-Objektiv im Bereich Telezoom. Also 390 Millimeter Brennweite, das ist schon eine Ansage. Also was, vorhin habe ich noch gesagt, das ist wenig Brennweite, aber für so einen kleinen Skytracker ist das schon wahnsinnig viel Brennweite. Und mit einem Öffnungsverhältnis, man sagt ja immer F zu 6,3, glaube ich, ist das ein relativ langsames Objektiv. Langsam insofern, dass dann da irgendwie nicht so viel Licht durchkommt. Und klar, dann sind in zwei Stunden mit 20 Sekunden Einzelbelichtungszeiten, kämpfst du dann wirklich. So, und du schreibst, du hast nicht das Geld, was auch völlig verständlich ist, irgendwie dir eine andere Ausrüstung zu kaufen. So, jetzt muss ich überlegen, was ich dazu sage. Ja, ich habe gerade mal gegoogelt und ehrlich gesagt, ich finde dieses Objektiv unter der Bezeichnung gar nicht. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas überlesen oder falsch gelesen oder so. Wie auch immer. Also ja, diese Objektive, Zoom-Objektive sind generell nicht so richtig gut geeignet, weil sie schwer zu korrigieren sind. Oft sind die auch noch sehr lichtschwachen, das ist ja hier auch der Fall. Und diese Kombination Canon mit Zoom-Objektiv, mit relativ langsames, also mit relativ große Blendenzahl. Und das Ganze auf dem Omegon LX2 ist für mich nicht so eine richtig ideale Kombination. Neulich habe ich so ein Coaching mit jemandem gemacht und wir haben dann irgendwie herumgedoktert an den Bildern. Manchmal ist es so, dass man vielleicht einfach die Art der Astrophotografie seiner Ausrüstung anpassen muss. So, dass man nicht hingeht und sagt, ich will unbedingt Deep Sky machen. Ich will unbedingt Galaxien fotografieren oder kleine Funzeln, habe aber nur irgendwie, oder habe auf Deutsch gesagt nicht die passende Ausrüstung. Das muss man hier ganz klar sagen. Du hast eigentlich nicht die passende Ausrüstung für Galaxien oder für Detailaufnahmen im Bereich Deep Sky. Du hättest aber theoretisch eine tolle Ausrüstung und dann nehme ich jetzt das Objektiv mal raus und ersetze das durch ein zum Beispiel Weitwinkelobjektiv, um unfassbar tolle Milchstraßen, Whitefields zu machen oder Landschaften mit Milchstraßen. Jetzt kann natürlich sein, dass du sagst, da habe ich überhaupt keine Lust zu, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber manchmal gewinnt man die Lust auch beim Machen. Ich habe angefangen Zeitraffer zu machen, habe ich immer gesagt, interessiert mich nicht, aber plötzlich fand ich das total spannend und wenn man das so macht irgendwie und sich in so ein Thema reinfuchst, gewinnt man unter Umständen das Interesse daran. Jetzt macht mir das richtigen Spaß, obwohl ich das früher immer so ein bisschen fast belächelt habe. Ich wollte Deep Sky Astrofotograf sein, nicht irgendwie Zeitraffer Fotograf sein. Aber ja, hat sich geändert. Also finde ich jetzt auch eine schöne und tolle Disziplin. Und ja, das wäre so das, was ich dir jetzt raten würde, vielleicht doch irgendwie mal zumindest mal eine Nacht drüber zu schlafen oder mal so ein bisschen sacken zu lassen, ob du mit der Ausrüstung, also insbesondere mit diesem Omega und RX-2 und der Kamera nicht sehr, sehr gute Voraussetzungen hast, eher in den Bereich 20 mm, 14 mm Aufnahmen zu machen, der Milchstraße oder Zodiacalicht oder was weiß ich, Meteorströme und so weiter und so fort mit entsprechend schönen Vordergründen. Da gibt es unzählige Beispiele irgendwie. Und ja, die Ausrüstung ist dafür meines Erachtens ein bisschen eher geeignet. Du bräuchtest dann ein anderes Objektiv, weil da kommst du mit dem Teeler-Objektiv auch irgendwie nicht weiter. Ansonsten was anderes wäre eben, dann musst du dich irgendwie aber komplett bis auf die Kamera von der Ausrüstung verabschieden und müsstest eben doch viel Geld in die Hand nehmen, wäre diese Ausrüstung, die ich in dem Video Deep Sky für Anfänger zeige, also eine relativ kleine Montierung, das ist die Skywatcher EQM 35 mit einem Autoguider und dem Red Cat oder Space Cat zum Beispiel als Teleskop. Da wärst du stabiler unterwegs, jetzt ist ein bisschen schnelleres Öffnungsverhältnis, ist auch nicht wirklich grandios schneller, aber dadurch, dass du irgendwie stabiler unterwegs bist, könntest du länger Einzelbelichtungszeiten machen, könntest bequemer auch irgendwie länger belichten, hättest nicht so viel Ausschuss, weil du ja geschrieben hast, du hast relativ viel Ausschuss bei den Bildern, ja. Gut, aber du schreibst, du hast irgendwie nicht das Geld, hat man auch nicht als, ich nehme an, Schüler und das ist dann eben die Sache. Also der Weg jetzt hinzugehen, zu sagen, vielleicht bekomme ich gebraucht so ein 14mm Valimax Objektiv und mach damit was, das wäre jetzt für mich irgendwie das naheliegendste, wo du relativ schnell zu einem Erfolgserlebnis kommst. Nicht, damit möchte ich nicht sagen, dass das nicht ein gutes Bild ist, also hier ist schon vieles auch wieder richtig gemacht, aber ja, es ist eben so, dass das Objekt irgendwie viel zu klein ist, einfach in einem Bild und natürlich ist es toll, Langzeitbelichtungen zu machen, zu sehen, was da dann überhaupt rauskommt, aber irgendwann will man dann eben auch mehr Details zeigen bei so einer Galaxie und da kommst du eben mit der Ausrüstung einfach nicht weiter. Ja, ich hoffe, das demotiviert dich nicht, sondern motiviert dich irgendwie. Ja, was Bildbearbeitung angeht, kann ich da natürlich noch so ein bisschen was zu sagen, aber dazu muss man auch ehrlich sagen, irgendwie, mein Gott, du bist 17, du hast Zeit, noch Bildbearbeitung zu lernen, das kommt auch mit der Zeit, wirst du da irgendwie was machen. Ich finde es so eigentlich schon ganz gut, ich hätte da irgendwie nicht groß was anders gemacht, ich habe mir mal kurz das Rohbild angeguckt, was du mitgeschickt hast und viel kann ich da auch nicht mehr rausholen. Da fehlen irgendwie, würden mir die Flats fehlen, da würde ich auch relativ schnell an die Grenzen kommen, weil das tatsächlich dann auch ziemlich verrauscht ist und so weiter und so fort und da hast du schon alles irgendwie rausgeholt aus dem Bild, was geht. Was mir aufgefallen ist, das Objektiv macht zusätzlich noch, das sieht man hier in dem Bild nicht, relativ starke Halos im Blauen, das spricht also auch nicht unbedingt für das Objektiv. Also ja, es tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich Leuten sage irgendwie, euer Teleskop oder eure Ausrüstung, Teleobjektiv ist nicht so dolle, weil ich dann mir immer die enttäuschten Gesichter vorstelle und ja, du hast ja selber geschrieben, du hast irgendwie nicht das Geld locker, kannst dir nicht mal eben für 1000 Euro irgendwie ein tolles Objektiv kaufen oder ein tolles Teleskop. Ja, dann guck doch mal, ob du was mit dem Vorschlag anfangen kannst, eher in die Richtung, das Gegenteil zu gehen, also mit 20 Millimeter oder 14 Millimetern auf dem Gebrauchmarkt findet man da schon relativ lichtstarke Objektive zum Beispiel, die dann auch in den Bereich kommen, dass man sie sich als Schüler zum Beispiel leisten kann. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, das demotiviert dich nicht, sondern motiviert dich, mach weiter so, wo ich, wie gesagt, unterstütze jeden jungen Menschen, der irgendwie dieses tolle Hobby ausübt, natürlich auch jeden großen Menschen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.